Ich bin ein Fragoggy Gut, Waffe wechseln? Gut, Konzentration Wir können es diesmal schaffen Wir können es Weil ich bin Fragoggy Komm herr Bragger oder wie du immer du heißt Oder bist du Margarita? Ich weiß es nicht Fick dich Du kriegst mich nicht Also man muss eindeutig die verschiedenen Abstände wie man Schießen kann ausnutzen Oh Gott war das knapp Heilige Scheiß ich Ich riskiere es immer wieder Ich muss ihn glaube ich auch irgendwie verwirren Also man kann auch verschiedene Distanzen Oh Gott! Oh Gott! Ich will überhaupt nicht getroffen werden von dem und so Oh Gott! So So Okay, ich habe die Möglichkeit gefunden, wie ich dem sein Ding ausschalten kann. Ich muss es hierher locken und es ist ganz einfach weg. Komm her, komm her. Schießt, schießt, Firebrand, Firebrand, ja, ja, ich habe eine Möglichkeit gefunden. Komm schon her, komm schon her, Junge! Ich Idiot, ich Idiot! Warum zum Geier? Es hat gerade einfach nicht funktioniert. Ja, ich bin durch. Und wieder durch. Gut, oh, ich habe gedacht, er erwischt mich vielleicht noch. Gut, wie viel Leben? Ah, wir haben sogar noch zwei Wiederholungen, sehr gut. Ich habe den Trank gar nicht benutzt, ich Idiot! Ach Leute, ich weiß gar nicht, wie mies es ist. Ich habe es quasi... Ich habe voll verschwendet. Versteht ihr? Fick dich bitte. Mann! Oh, ich bin einfach viel zu übelig. Ich werde es diesmal bestimmt nicht schaffen. Puh, Frogogi, ganz ruhig. Vielleicht ja doch. Was? Triff dich doch. Triff doch bitte! Oh man. wow ich hab nie soft getroffen Mann oh Mann oh Mann ganz ruhig also jede zweite Runde kann ich ihn treffen selbst da schon ok ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig okay ganz ruhig ganz ruhig wir können ihn schaffen kommt schon her ha 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 Reflexe von Fragoggi Wahnsinn ich bin grad selbst verstaunt er lässt seine Hand oben er hat uns analysiert den Bewegungsablauf ich bin Firebrand ich bin der rote Funke ich werde dich besiegen wer immer du bist ich weiß es gerade nicht irgendwie kommt er mir wie ein ganz böser End-End-Gegner vor könnte es der letzte sein ich weiß es nicht wir werden sehen komm schon gib ihm Firebrand komm schon Firebrand du bist der Beste du bist der Tollste du bist der Geilste denn du wurst von Fragoggi gespielt Ok ganz ruhig ganz ruhig cool cool talk du bist wirklich der rote Funke Aber du hast noch nicht deine vollen Kräfte. Um unsere volle Kraft zu erlangen, brauchen wir die ewige Kerze. Er hat die Ehre, sie uns zu geben. Oder für unsere Tapferkeit, keine Ahnung, keine Ahnung, ich bin Jan besiegt, ich habe die ewige Flamme, die ewige Kerze. Nur du kannst Bratcher besiegen. Geh und rette dein Reich, äh, save, sichere dein Reich oder rette dein Reich, rote Flamme, äh, rote Funken. Die Essenz des Ghul-Reichs baut sich in dir auf, füllt dich mit Macht oder mit Kraft. Jemand spricht mit dir in deinen Gedanken, in deinem Kopf oder so. Du bist unser Sohn. Zeig uns deine wahre Macht und besiege den König der Zerstörung. Aha. Wow. Darkfire-Land. Okay. Darkfire. Leute. Es geht weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. Goggles, Quest, Ghosts and Goblins mit Frogogi. Alrighty then. Amen. Amen.